Jo, servus YouTube! Also, wir haben uns entschlossen, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, schreibt es in eure Kommentare oder liked dieses Video. Jo, wir werden jetzt einfach weiter fahren von Erfurt nach Frankreich in diese komische Stadt, keine Ahnung. Jo, dann wird es jetzt mal losgehen. Ach so, wir fahren, ähm, Erbsen. 18 Tonnen. Jo. Ja, also, ähm, wie gesagt, wir machen vielleicht jetzt noch mehr Videos. Ähm, es tut uns ja auch jetzt sehr leid, dass, ähm, so eine schlechte Grafik ist, dass wir es mit Handy leider aufnehmen müssen, weil wir noch nicht, ähm, so weit sind. Ja. Also, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann, ja, schreibt es in die Kommentare. Oder liked dieses Video. Oder wenn ihr, wir können auch, ähm, Black Op 2 suchten, oder so. Müsst ihr über entscheiden. Ich hoffe einfach, dass euch das Video entfällt, entfällt, ähm, 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 gefällt, so. Ähm, ja, ähm, Es tut mir auch sehr leid, dass wir so eine schlechte Grafik jetzt derzeit haben. Ja. Also, ähm, dieses, das, das, das erste Video hiervon, war so gesagt, ähm, keine Einführung, das war, wir hatten nicht genug Speicherplatz, das war das Grund. Ja, dieses Video wird jetzt etwas länger gehen. Das weiß ich nicht, ob wir rot oder grün haben. Ah, da. Also, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Achso, ich bin jetzt schon hier von den Herrn Lukas, ähm, sein Freund, bin ihm bei mir grad zuhause auf, an meinem PC. Ja. Kannst auch mal was sagen. Hm. Achso, ähm, dieses Spiel ist überall erhältlich, äh, wenn ihr euch eure Truck Simulator kaufen wollt, dieses Spiel ist überall erhältlich, auf Stream, ähm, aus, ich glaub, nicht für Konsolen. Also, Xbox, Playstation, ich glaub, nur für PC. Ja. Sag das, sag das du. Nein. Vielleicht werden wir auch hier Folgen von Happy Wheels bringen. Nur vielleicht, wir wissen es noch nicht. Hoshi! Ey, ich werd oft fluchen in diesem Spiel. Arschloch! Achso, wir können auch irgendwann mal ein Tuning-Part machen. Müsst ihr in den Kommentaren schreiben. Oder wenn ihr Fragen habt oder so. Ja, ich würde sagen, wir enden dieses Video bei, hier, äh, bei der Nähe von Frankfurt am Main. Da würde ich sagen, enden wir das Video für heute. Weil, in der Zeit, wo wir es aufnehmen, haben wir es. 21 auf 40. Und wir wollen noch ein paar andere Spiele spielen. Vielleicht machen wir noch ein Video von Black Ops 2. Nein. Wer weiß. Es werden vielleicht noch viel mehr Folgen davon kommen. Müsst ihr in den Kommentaren schreiben, wenn ihr es wollt. Vielleicht machen wir es morgen noch weiter? Oder nicht? Achso, ähm, das ist schlimm, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, oh ja, ich hab derzeit nicht so viel Zeit wegen Schule und so'n Scheiß, also. Achso, ähm, Freitag am 13. kann auf jeden Fall bis Wochenende keine, äh, Videos kommen. Von mir. Mit dem Herrn Lukas zusammen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht machen wir noch mal ein extra Video dafür. Vielleicht machen wir auch noch Videos von Five Nights at Freddy's. Oder wir machen gleich noch Videos, wenn ihr es wollt, von GTA Online auf Play D3. Also es tut mir auch leid, dass ich hier so ein bisschen rumrasse, aber mir nervt halt immer dieses Scheiß Tempo zu halten. Wir sind, glaub ich, nur 100 erlaubt, oder? 80. Und ich verdrehe 94. Entschuldigung, dass ich so'n bisschen mehr habe. Ich spiel mit Maus und Tastatur, da fällt sich nicht ganz so gut. Und wir, vielleicht enden wir das Video, ähm, naja, bei Frankfurt oder in London. So, jetzt lass mich rein, Pissnilke. Und nein, naja, ne. Ihr findet, das ist Hauptsache, ihr findet, ähm, mich und, ähm, hier halt den Lukas, ähm, auf seinem YouTube-Kanal. Ja. Weil ich derzeit noch kein eigenen habe. Ja, Entschuldigung, dass er so'n bisschen herwackelt. Er ist halt ein kleiner Schmieriger mit seinen Fingern. Ihr, ihr braucht. Ja. Ja. Entschuldigung, da habe ich die falsche Taste gedrückt, das wollte ich gerade nicht. Solange mit der Fracht nichts passiert, ist alles in Ordnung. Achso, hier oben bei der Minikarde, da sieht man halt immer, hier sieht man halt das Bett, wenn das rot ist, dann heißt man muss pennen, hier die Tankanzeige, hier sieht man wie viel Prozent der LKW-Schaden hat, hier sieht man die Post, die man hat und hier sieht man wie schnell man fährt. Das Spiel ist eigentlich recht einfach, für jeden LKW-Liebhaber ist dieses Spiel eigentlich was Perfektes. Irgendwann vielleicht werden wir auch Nix-K-Game spielen. Und hörst du mal auf, irgendwo gegen zu rammen? Ja, wir sind gleich angelangt, ich sage, wir beenden das Video hiermit. Und haut rein, haut in, jo, zählen, tschüss. Wir sehen uns irgendwann.